Liebe Trader, die Märkte befinden sich in einer entfesselten Hossbewegung und solange die übergeordneten Trendkräfte nach oben zeigen, gilt es täglich neue Trading Chancen auf der Long Seite zu identifizieren. Im heutigen Video arbeite ich hierfür mit der Trendstärke, dem idealen Scan Kriterium in bullischen Marktphasen. Zunächst schauen wir uns nochmals an, was steckt hinter der Trendstärke. In bullischen Marktphasen, wie aktuell, benötigen wir Trendstarke, Momentumstarke Aktien. Das sind die besten Kriterien in einem Bullenmarkt. Und was zeichnet das Trendstärke Kriterium aus? Wir haben hier eine hohe Flexibilität, das heißt, das Kriterium schlägt sehr schnell auf Aktien an, die sich gerade auf der Überholspur befinden, denn Momentum ist nicht abhängig von der Zeit, sondern nur von der Intensität der Bewegung. Das heißt, schnelle Turnaround Phasen oder allgemein trendstarke Aktien, die trendstärksten Aktien am deutschen Markt, die Bullish konsolidiert haben, die dabei sind, schöne Konsolidierungen nach oben hin zu verlassen. Das sind ideale Setups für uns Trader, die es jetzt gilt, täglich aufs Neue ausfindig zu machen. Definition, wir arbeiten mit der Steigung des GD100 und addieren dazu die Steigung des GD20. Also man sieht schon, aufgrund der Periodenlänge der GDs, dass man hier wesentlich flexibler, schneller auf Bewegungen reagieren kann, wie beispielsweise die Trendstabilität. Und gerade in freundlichen Marktphasen macht es Sinn, diesen Titeln zu folgen. Ich kann es nur nochmals betonen, weil sie eben oft auch fundamental getrieben sind und das charttechnische Momentum auf der Seite des Traders ist. Diese starken Marktphasen sind sehr, sehr kostbar im Jahr. Es gibt meistens so drei bis maximal vier Phasen, wo die Märkte wirklich in einer guten Verfassung sind. Und dort müssen wir versuchen, dass wir als Trader wirklich überproportional stark davon profitieren können. Und deswegen gilt es hier auch wirklich täglich, seine Hausaufgaben zu machen. Ich habe die Deutschland-TF-Prime-Liste geöffnet, habe bereits Trendstärke und Range-Kriterium hinzugefügt. Ich finde die Kriterien unter Indikatoren. TS steht für Trendstärke und Abstand vom Hoch und zusätzlich das Range-Kriterium, die absolute Handelsspanne auf 3-Tages-Basis. Und was ist der Anspruch? Wenn ich mir jetzt Aktien anschaue, beispielsweise wie eine Vektron, die zuletzt auch wunderbar hier nach oben hin rausgezogen sind, dann muss ich aber sagen, auf den aktuellen Niveaus macht ein Neueinstieg keinen wirklichen Sinn mehr, denn hier nach dieser kurzfristigen Fahnenstange ist auch entsprechendes Rückschlagpotenzial vorhanden. Was ich wirklich suche, sind Trendstarke Aktien, die sich aktuell noch in einer bullischen Konsolidierungsphase befinden oder eben jetzt dabei sind, diese nach oben hin zu verlassen. In bullischen Marktphasen findet auch immer wieder so ein Rotationswechsel statt. Andere Aktien, andere Branchen werden gespielt und hier gilt es immer, die trendstärksten Aktien zu priorisieren. Im Idealfall werden diese Titel dann auch nochmal von der Nachrichtenseite getrieben, indem beispielsweise eine deutliche Kurszielanhebung von einem Analystenhaus über die Ticker kommt, wie wir es ja jetzt in den letzten Wochen immer wieder schön gesehen haben. Zuletzt war ein sehr gutes Beispiel eine Baueraktie. Und jetzt möchte ich mal noch kurz ein paar Titel vorstellen, die ich jetzt selber auf der Watchlist habe, wo sich womöglich jetzt auch zeitnah ein Neueinstieg mindestens wieder für eine mehrtägige schöne Impulsbewegung, für einen schönen Swing Trade abzeichnen könnte. Eine Eichstron hat hier diese Bodenbildung nach oben hin verlassen und wir sehen bereits Trendstärkewert von 4,7. Das heißt, wenn Aktien in kurzer Zeit eine starke Bewegung absolvieren, dann steigt sofort der Trendstärkewert und wir können diese Titel frühzeitig in einer solchen Turnaround-Situation ausfindig machen, wie es jetzt hier bei einer Eichstron der Fall ist und wo auch das Jahreshoch entsprechend noch entfernt ist. Zuletzt hat man starke Q1-Zahlen vorgelegt. Der Auftragseingang konnte um 40% zulegen. Die Deutsche Bank hat ein Kursziel von 8 Euro ausgesprochen. Diese erste Impulsbewegung wird hier sehr bullisch auskonsolidiert und sollte hier jetzt in den nächsten Tagen erneut Stärke reinkommen, dann wäre die Aktie für eine weitere Rallye-Bewegung interessant. Es gilt den Titel auf jeden Fall auf der Watchlist zu führen. Wir haben eine Puma-Aktie, auch dieser Titel konnte zuletzt mit positiven Newsflow aufwarten nach starken Q1-Zahlen und einer Prognoseerhöhung. Und wir sehen auch, wie bullisch dieser Impuls hier auskonsolidiert wurde und das macht einfach Hoffnung, dass diese Bewegung nach oben noch nicht ausgereizt ist. Und man sieht auch, die Aktie beginnt heute erstmals wieder leichte Stärke zu entwickeln, hat diese enge Handelsspanne jetzt nach oben hin verlassen und die Chancen stehen hier jetzt gar nicht schlecht, dass hier zumindest jetzt auch über die nächsten Tage nochmals eine finale Impulsbewegung in Richtung 400 Euro starten könnte. Sehr bullisch wirkt auch eine Hyperport-Aktie. Zuletzt gab es hier starke Transaktionsdaten für Europace. Das war der Beginn dieser starken dynamischen Aufwärtsbewegung. Dann wurden noch starke Q1-Zahlen vorgelegt. Hyperport ist im Q1 um 31% gewachsen und das EBIT legte auch überproportional stark um 30% auf 7 Millionen Euro zu. Und man muss auch sagen, diese aktuelle bullische Konsolidierung macht Hoffnung, dass auch hier jetzt zeitnah noch ein weiterer Rallye-Schub starten könnte. Die Trendkräfte sind klar nach oben gerichtet. Der Big Picture Breakout wurde vollzogen mit diesem Break hier quasi aus dieser Konsolidierungsformation. Und solange die Märkte eben bullisch sind, haben diese trendstarken Aktien die besten Chancen weiter nach oben zu schreiten. Und die Hauptaufgabe ist eben immer wieder diese bullischen Konsolidierungen ausfindig zu machen. Eine Osram, hier wurde zuletzt auch die Prognose angehoben. Es gab mit einer leichten Verzögerung diese schöne Impulsbewegung und auch hier wunderschönes Konsolidierungsverhalten. Kaum Abgabedruck. Das sieht auch danach aus, dass hier zeitnah nochmal Stärke reinkommen könnte. Wir haben eine ISRA Vision. Auch dieser Titel macht einen guten Eindruck. Vision-Aktien sind ja aktuell sehr, sehr stark, siehe Basler und in den USA eine Cognex. Grundsätzlich profitiert man von Industrie 4.0 und Service Robotik, weil dort die Vision-Systeme für das Robotersehen und die automatische Qualitätskontrolle benötigt werden. Also auch dieser Titel Strong Watch und abschließend noch eine Mensch und Maschine. Auch dieses technische Bild macht einen guten Eindruck. Man hat zuletzt auch solide Q1-Zahlen vorgelegt. Und hier im Big Picture ist ja zuletzt auch dieser Breakout gestartet und könnte jetzt zeitnah ebenfalls wieder aufgenommen werden.